Die Die Emily, ich muss dir immer was sagen. Welches mein Kind geht ja auch in die Schule? Und die haben da jetzt den neuen komischen Ordinateur. Ich sage an dir, das geht mir so gewaltig auf den Keks. Wie ist es bei dir? Bei mir ist es genau so. Meine Mädchen freut mich zu helfen, aber ich sehe gar nichts, ob das kleine Ding ist da. So, ich sage an, hol mal ein Stilo und ein Blatt und schreibe mal. So, ich bin jetzt mit dem Kurs fertig. Sicher, da ist wieder mit Ihrem dummen Ding ist da. Kriege ich nichts zu trinken, oder was? Wenn du nicht den ganzen Tag lang vor dem Ding hucke, würde ich jetzt auch was zu trinken. Jo, komm, schuhe mal was allein. Komm, so schlimm ist der Ordinateur jetzt auch nicht. Dann sag mir mal, was findest du ganz toll an den komischen Dinger da? Zum Beispiel, der Sack ist weniger schwerer, weil ich die ganzen Bücher nie mehr mitschlappen muss. Hast du keinen Keks mehr, oder was? Doch, aber dann muss ich die ganze zwei Minuten zum Keks gehen, das riecht mich auch auf. Na komm, die zwei Minuten wirst du schon nicht sterben. Immerhin habe ich die ganze Kurbe zusammen und verliere kein Blatt mehr. Ja, du musst ganz einfach mehr Hörnungen machen. Jo, so sieht's aus. Mein Kleines, das hat auch nie Ordnung. Das muss ich auch jedes Mal drauf hinweisen. Ich finde es halt einfacher. Zähle mal, da war alles einfach viel besser. Jo, auf jeden Fall. ... ... ... ... Vielen Dank.